hallo leute ich mache gerade die dreiventil technik und ich muss euch jetzt einfach nur mal kurz die geniale reproduzierbarkeit zeigen weil ich habe jetzt hier glaube ich 10 15 oder 20 bilder gemacht und die sind alle beinahe identisch und das will ich euch jetzt hier mal kurz zeigen ich mache jetzt hier mal ein bild also ich drücke jetzt hier mal auf den start button und jetzt schaut euch hier mal das ergebnis an moment noch scharf stellen und jetzt scrolle ich jetzt hier mal zurück und ihr seht schon jedes bild ist so ziemlich identisch das ist echt genial so ich werde das jetzt noch kurz mit meinem neuen iphone 6 filmen da kann ich ja 240 frames per second aufnehmen und dadurch sollte man doch relativ gut sehen können wie diese wasserskulpturen entstehen für alle die sich jetzt schon gefragt haben was mit meinen augen ist ich filme hier mit einer ringleuchte als dauerichquelle jetzt sieht man es glaube ich besser so es ist ziemlich hell ja und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder mit dabei seid in diesem sende viel spaß beim probieren usw beim nachmachen bis zum nächsten mal ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020